Servus miteinander, es geht heute um die Gewinnspiele des Monatsverlosung Februar. Wir haben verlosen VIP-Tickets für das Spiel am Samstag, der FCA gegen Hertha BSC Berlin. Über 60 Zusendungen haben wir von euch erhalten. Alle wollten die Tickets haben, zwei können es nur werden. Und wir haben ausgesucht die Tanja H. und den Reinhard B. Warum, weshalb? Und beide haben uns gute Argumente geliefert, warum sie nicht fehlen dürfen am kommenden Samstag. Die Tanja nimmt ihre Mutter mit, die in letzter Zeit ein bisschen Pech hatte. Der Reinhard nimmt seinen Vater mit, der in letzter Zeit bei der Renovierung der Wohnung geholfen hat. Ich denke, beide werden super Wochenende erleben. Michael hinter der Kamera wird mit euch dorthin gehen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns nächsten Monat wieder bei der nächsten Gewinnspiele des Monatsverlosung. Bis dann. Ciao, Matthias.